Eigentlich bin ich am liebsten mit dem Velo unterwegs. Dabei ist es mir besonders wichtig, entspannt und sicher ans Ziel zu kommen. Mit meiner Arbeit möchte ich dazu beitragen, den Verkehr für alle sicherer zu machen. Das ist extrem sinnvoll und dafür brenne ich. Wir forschen bei der BfU zum Beispiel zu selbsterklärenden Straßen. Solche Straßen sind so gebaut, dass man sich intuitiv darauf richtig verhält. Es wäre doch super, wenn durch solche Maßnahmen der Verkehr automatisch immer sicherer werden würde und dadurch auch weniger Unfälle passieren. Ein anderes großes Thema bei uns in der Forschung ist das automatisierte Fahren. Aber bis Fahrerassistenzsysteme wirklich einen Sicherheitsgewinn im Verkehr bringen, ist es noch ein langer Weg. Und dafür braucht es praktische Tests. Ich finde es schön, dass wir bei der BfU so viel bewegen können. Denn unsere Expertise, die fließt in Normen ein und in Gesetze. Und bei solchen Tests, da verbinden wir die Theorie mit der Praxis und das liebe ich. Meine Band The Birthday Girls, das ist für mich mehr als nur ein Ausgleich zur Arbeit. Das ist eine Herausforderung, denn wenn ich nachts morgens um drei nach Hause komme, dann ist es zwar körperlich anstrengend, aber mental ein riesen Bereich. Das Teamwork bei der BfU hat viele Parallelen zur Band. Alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeiten und bringen diese ein. So funktionieren wir auf Augenhöhe und wir liefern auch noch gute Ergebnisse und wir haben Spaß zusammen. Die Balance zwischen Familie, Job und Band braucht zwar viel Energie von mir, aber die BfU gibt mir den nötigen Raum dafür. Ich bin Markus Dolblein, Leiter Forschung Straßenverkehr bei der BfU.